Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Digitalisierung im Vorarlberg. Heute geht es um das Thema Medienpädagogik und Erziehung 4.0 und dazu darf ich SUPO-Leiter Andreas Brenn begrüßen. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Herr Brenn, Medienpädagogik und Erziehung 4.0, was kann man sich unter den beiden Begriffen überhaupt vorstellen? Es ist eigentlich relativ einfach erklärt. Es geht um Medien und es geht um Erziehung. Es geht darum, Kinder mit den Risiken und aber auch den Chancen von digitalen Medien vertraut zu machen. Sie quasi auf ihrem Kennenlernen dieser Medien und der Nutzung der Medien danach zu begleiten. Und das ist eine zentrale Aufgabe inzwischen. Das merken wir alle als Eltern. Zentrale Aufgabe der Erziehung geworden. Und dementsprechend wichtig ist auch Medienpädagogik. Und inzwischen ist ja auch so, dass zu den Lebenskompetenzen laut WHO auch die Medienkompetenz dazugehört. Wenn man in die Vor-Smartphone-Zeit zurückblickt ein bisschen, da haben sich viele Kinder einen eigenen Fernseher, einen VHS-Rekorder oder DVD-Player oder später einen Blu-Ray-Player gewünscht. Wenn sollten denn Kinder heutzutage ihr erst das Smartphone erhalten oder bekommen? Also da sind wir relativ klar. Also ein Smartphone ist im Endeffekt schon eine ganz mächtige Waffe. Man bietet jahrsinnig viele Chancen, hat aber natürlich dementsprechend auch viele Risiken. Und ist eigentlich für die Kinder erst ab einem Alter von zehn, elf wirklich tauglich. Und darum raten wir von der Supero, überübigen auch die Polizei, dass Kinder ihr erst das Smartphone erst nach dem Wechsel von der Volksschule in eine weiterführende Schule bekommen. Jetzt wissen wir, viele Kinder, die sich das wünschen, da gibt es denn andere Kinder in der Schule, die haben schon eins, da ist der Gruppendruck ziemlich groß. Was kann man denn als Elternteil da machen? Also ich glaube, der Satz, der da am öftersten gehört wird, ist, alle anderen haben es, nur ich nicht. Und das sollte man halt wie bei allen anderen Dingen auch überprüfen. Wir haben dann schon festgestellt, wir haben ja selber drei Kinder und wir haben schon festgestellt, wenn man mit den anderen Eltern dann in Kontakt tritt, stehen die genau vor der gleichen Herausforderung, dass deren Sohn, deren Tochter auch sagt, alle anderen haben es, nur ich nicht. Und dann kommt man dann darauf, es hat überhaupt niemand oder vielleicht vereinzelt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Eltern dort gemeinsam stark bleiben, auch konsequent bleiben und das Ganze bleiben lassen, weil das ist wirklich eine Gefährdung ihrer Kinder. Jetzt wissen wir, mit einem Smartphone, wenn ich Zugang zum World Wide Web habe, dann kann ich ständig online sehen. Wie schaut das dann mit Handypausen oder sowas? Muss ich das dem Kind vorschreiben oder es gibt ja natürlich auch schon Geräte, da kann ich das erstellen und sage, für den und den ist fertig. Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es, sage ich, Medien, digitale Medienfreiheiten gibt für die Kinder, wo sie sich wirklich selber aussuchen können, was sie machen, im eingeschränkten Bereich natürlich. Aber dann auch wirklich klare, medienfreie Orte und medienfreie Zeiten. Also wichtig finde ich, dass auf keinen Fall irgendein digitales Gerät mit ins Schlafzimmer genommen wird, schon gar nicht zum Schlafen. Also bei uns müssen die Kinder das am 19 Uhr in eine Schublade legen und da bleibt es dann, bis sie dann wieder in die Schule gehen. Da ist auch ein 16-Jähriger dabei, der das genauso machen muss. Und wichtig ist ganz einfach, wenn sie von der Schule nach Hause kommen, Mittagessen. Auch wir Eltern sollten Vorbild sein, legen sie auch weg, dann werden die Hausaufgaben gemacht und dann wird das Ganze wieder ausgegeben. Also sollte man schon relativ klar sein, wie man es macht. Und in diesen Zeiten sollte man den Kindern ihrer Entwicklung entsprechend natürlich schon gewisse Freiheiten geben. Jetzt gibt es ja auch Eltern, die schließen mit ihren Kindern richtige Verträge ab, also sogenannte Nutzungsverträge. Was halten Sie von dem? Ist sowas ratsam? Das finde ich absolut wichtig. Ich finde es so wichtig, dass man mit den Kindern das bespricht und einen wirklichen Vertrag macht, einen schriftlichen Vertrag, den sie auch unterschreiben. Wo festgehalten wird, davon sind wir uns geeinigt. Wo festgehalten wird, welche Konsequenzen gibt es, wenn ein Partner oder einer, der da unterschreibt, das Ganze nicht erfüllt. Finde ich absolut wichtig. Man muss die Kinder da mitnehmen. Und je älter sie sind, desto mehr kann man sie mitentscheiden lassen. Konsequent blieben ist das Schwierigste für viele Eltern, wie wahrscheinlich viele von uns aus eigener Erfahrung kennen. Aber wenn das Kind jetzt mal kein Smartphone oder Ähnliches hat, hast du das für die Eltern, dass sie das Kind dann irgendwie bespaßen müssen oder was sollen sie da machen? Nein. Also ich glaube, eine wesentliche Kompetenz, die wir im digitalen Zeitalter immer mehr verlieren, ist der Umgang mit Langeweile. Das ist inzwischen eine Kunst, mit Langeweile geschickt umzugehen. Wenn man sich das anschaut, wenn man Leute an der Bushaltestelle sind, da gibt es ja keinen, der nicht das Smartphone rauszieht. Und darum ist es wichtig, Kinder, wir als Erwachsene, müssen wieder lernen, mit Langeweile umzugehen. Und das ist wichtig, dass man das ihnen auch ermöglicht, dass sie Langeweile spüren und aus der Langeweile entsteht dann sehr viel Kreativität. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss auf keinen Fall bespaßen. Wie schon zu so, gibt es eigentlich Zahlen ungefähr, wie viele Kinder in Vorarlberg, wenn Sie sagen, zum Beispiel beim Übertritt in die nächste höhere Schule, also von Volksschule, Mittelschule, Gymnasium, wie viele da schon ein Handy ihr eigen nennen? Also ich glaube, dass mit dem Übertritt von der Volksschule in der weiterführenden Schule der überwiegende Teil, das würde mit 99,9 Prozent beziffern, ein Smartphone haben. Die wenigsten, die das nicht nutzen, was ich schon feststelle, dass es immer mehr Jugendliche gibt, junge Erwachsene gibt, die die Smartphones weggeben und nur mehr ein ganz einfaches Taschenhandy, wo man SMS schreiben kann und telefonieren nehmen, weil sie sagen, das ganze andere ist mir zu viel. Also es gibt immer mehr, die aus dem ganzen Rad, aus dem Hamsterrad ausbrechen. Nichtsdestotrotz schießen diese Plattformen vor allem im Social-Bereich ja wie die Pilze aus der Erde. Es ist natürlich für viele Eltern schwierig, da up-to-date zu bleiben. Kann man das überhaupt? Auch wenn ich mich damit ziemlich viel beschäftige, beruflich, bin ich nicht up-to-date. Es gibt eine sehr gute Seite, saferinternet.at vom Bundesministerium, wo man genau nachschauen kann, was ist an neuen Plattformen am Markt, was für neue Spiele gibt es, wie werden die beurteilt, was sind die Herausforderungen, die Probleme. Da kann man sich ganz gut informieren und es ist natürlich ein riesengroßes Geschäft. Die Firmen, die ganze Industriezweige, die verdienen einen Haufen Geld mit diesen Plattformen. Was für eine Rolle spielt in dem ganzen Spiel, was spielen nur Games? Weil es gibt ja, mittlerweile ist es ja so, dass man über Games, die chatten miteinander, also die buchen jetzt nicht unbedingt eine Konsole, es gibt die einen auf dem Handy, das andere über die Konsole. Was für eine Rolle spielt das? Das ist ein riesengroßer Markt und spielt eine riesengroße Rolle auch bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen. Und das perfide an diesen Computerspielen ist ja, dass sie das Erwartungs- und Belohnungsgehirn zu 100% abholen. Also es gaukelt dir immer vor, wenn du das noch einmal machst, noch einmal dieses Level spielst, dann schaffst du das. Und du schaffst es dann, wirst belohnt und dann möchtest du das Nächste machen. Und wir funktionieren ganz einfach so, dass wir die Dinge, wo wir erfolgreich sind, wo wir belohnt werden, wo Hormone ausgeschüttet werden in unserem Gehirn, das machen wir lieber. Und die Computerspiele, aber auch andere digitale Medien beherrschen das perfekt. Und dann gibt es ja bei diesen Spielen diese sogenannten In-App-Käufe. Sollen wir das den Kindern ermöglichen? Ich nehme jetzt einmal an, dass die wenigsten Erwachsenen ihren Kindern gleich ihre Kreditkarte geben und sagen, leg los. Man sollte es ihnen auf keinen Fall erlauben. Man sollte eigentlich auch davon abraten, das zu tun. Das heißt ja nur, dass ich mir etwas kaufe, damit ich erfolgreicher bin. Und das ist schon ein gewisser Gruppendruck unter den Jugendlichen und den Kindern da. Wie erfolgreich bin ich? Wie gut kann ich das? Aber es gibt nicht wenige Ferien in Vorarlberg, wo die Kids wirklich tausende von Euro mit der Kreditkarte von Mama und Papa verspielt haben. Und ein anderes System ist ja noch zum Beispiel, dass sie Werbung auch schon und dann kriegen sie dafür wieder irgendwelche Coins. Genau. Es ist natürlich ein Riesenmarkt. Da steckt eine Industrie dahinter, die Geld damit verdient, die mit den Daten Geld verdient, mit Werbung Geld verdient. Da ist nichts umsonst. Und je länger und je mehr Kinder dranhängen, desto mehr Geld verdienen die. Und darum wird das Ganze auch mit hochrangigen Psychologen, werden diese Spiele und diese Plattformen entwickelt, mitentwickelt und betreut. Und die ganzen Daten werden ausgewertet und wird genau geschaut, wo ist irgendwas, wo die Nutzer abspringen. Dann wird das sofort umgebaut. Wo ist etwas, wo die Nutzer noch mehr dran gehen. Dann merkt man genau, wo es hingeht. Das ist wie bei der Glücksspielindustrie. So sprich, wie große Suchmaschinen wissen, was ich morgen kaufen will. Ja, das sollte uns bewusst sein, auch als Erwachsener, dass wenn wir irgendwo vielleicht einmal in Google einen Reiseführer für die Toskana suchen, dass wir dann auch bei allen anderen Plattformen, die plötzlich Angebote für Urlaub in der Toskana, Wein aus der Toskana angeboten bekommen, weil das System das natürlich sich merkt. Jetzt, wir Eltern, das ist so oft, dass wir, wir sorgen ja dafür, dass digitale Medien, Devices etc. immer mehr in unseren eigenen vier Wänden sind. Also ich rede von sprachgesteuerten Dingen zum Beispiel. Sollte man da mehr drauf verzichten einfach oder es im Kasten zum Beispiel verstecken? Ich würde eher Richtung Verzicht raten, oder? Und zu schauen, dass man möglichst viele medienfreie Aktivitäten wieder hat selber. Medienfreie Aktivitäten für die Kinder bereitstellt. Das ist eine ganz wichtige Sache, ist sicher, wenn es darum geht, hat mein Kind ein Problem mit diesen Spielen, zu schauen, was an medienfreien Aktivitäten macht das Kind. Hat es noch reale Freunde? Geht es noch zum Fußballklub oder in die Musikschule? Passt es in der Schule und in der Lehre? Und wenn man dann feststellt, der überwiegende Teil ist medienfrei, da muss man sich große Sorgen machen. Aber wir sind Vorbilder, ganz entscheidend. Also wir können nicht erwarten, dass unsere Kinder das Smartphone am Tisch weglegen, wenn wir essen, wenn wir das selber nicht tun. Sie als SUPRO, als Institution, wie helfen Sie jetzt oder wo können sich Eltern jetzt hinwenden, wenn sie Informationen wollen zum Beispiel? Also man kann sich jederzeit zu den normalen Gerichtszeiten, Bürozeiten an uns wenden, telefonisch, anonym, kostenlos. Und wenn man das Gefühl hat, mein Kind spielt zu viel oder mein Kind ist zu viel am Handy. Aber auch zu allen anderen Süchten kann man bei uns Rat und Tat holen. Wir versuchen eine Einschätzung zu machen, mit den Eltern gemeinsam zu schauen, ist das jetzt ein erzieherisches Thema? Helfen dort ein bisschen weiter oder ist es doch ein Thema, wo man sich genauer anschauen muss, wo geht die Reise hin, wo es vielleicht eine Abklärung braucht von einem professionellen Anbieter. Ist es so, dass man das merkt, wir hatten einen Lockdown mit Homeschooling, jetzt neun Wochen Ferien, jetzt geht die Schule wieder los. Spüren Sie das? Ja, wir haben ja in der Corona-Zeit schon dieses telefonische Angebot lanciert, zum anderen eher überrascht, dass digitale Medien nicht wirklich eine Rolle gespielt haben. Jetzt stellen wir aber fest, nach drei Monaten Corona, drei Monaten Sommer, dass da nicht wenige Kinder, Jugendliche sind, die mit der Schule nichts mehr im Hut haben, die keine Tagesstruktur mehr einhalten können, die nicht wegkommen vom Gerät und nicht gewillt sind, das Leben, das Schulleben auf sich zu nehmen, also gar nicht hingehen oder wenn sie hingehen, das sehr unwillig machen, das merkt man schon. Und die Corona-Pandemie hat ja noch etwas mitgebracht, also es gibt viele Videokonferenzen etc., Webinare. Ist das aber auch etwas für Sie als Institution, das Sie jetzt nutzen können oder nutzen wollen in naher Zukunft? Wir werden das nutzen, ja, ganz einfach. Es hat uns schon gezeigt, dass gewisse Dinge natürlich gut möglich sind. Also einen Elternvortrag, den kann man durchaus als Webinar auch machen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich mit dem beschäftigt. Aber gleichzeitig wird es meiner Meinung nach den realen Kontakt, also den Vortrag des Experten, den Elternabend, das wird es nicht ersetzen können, weil einfach dort zutiefst menschliche Dinge noch überschwingen. Das kann es nicht ersetzen. Wie wir auch gemerkt haben, dass die Videokonferenzen ein gewisses Limit haben. Ja, menschlich bleiben, in die Augen schauen, miteinander reden, das Allerwichtigste überhaupt. Und Humor. Also ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, den Humor nicht zu verlieren. Auch einmal lachen können über sich selber und über die Scherze und über die Sachen, die die Kinder machen, die Lausbubenstreiche auch bei digitalen Medien und den Glauben an die Kinder nicht verlieren. Und der überwiegende Teil der Kinder schafft die Kurve und hat sicher erfülltes Leben. Ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche alles Gute.